Hallo und herzlich willkommen, ich darf euch grüßen, ich wünsche euch einen geilen Tag und heute, meine Freunde, machen wir mal diese geilen Boxen hier auf. Ja, es gibt neue, wie ihr sehen könnt, die sind quasi für den April. Ich habe nur fünf Stück davon, allerdings kostet eine dieser Boxen, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, hoffenweise, kostet 700 RP, ja, das heißt, es sind allein schon 3500 RP. Vielleicht machen wir noch ein paar von meinen anderen Boxen auf, ihr seht, ich habe hier reichlich Zeug noch angesammelt, was ist das hier für ein Ding? Auf jeden Fall, habe ich mir gedacht, wir machen auch mal wieder eine Runde, ich öffne, du bekommst, ja, beim letzten Mal haben sich ja viele, ja, was heißt, beschwert, aber viele wollten es halt wieder da haben und ja, mein Gott, hier kommt es, das heißt, die Regeln, die sind wie immer, ne, unten in der Twitter-Beschreibung ist ein Link, den müsst ihr retweeten und dann habt ihr die Chance, einen Skin zu gewinnen, der davon abhängig ist, wie viele Legendary sich zieht, das heißt, wir fangen wieder ganz unten an bei einem Mystery-Skin und dann staffeln wir das wieder hoch. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal und schauen, was drin ist, was ich mir wünschen würde, ihr wisst ja, ich bin jetzt Yasuo Main tatsächlich und ich würde übel gerne den Nightbringer Yasuo haben, ansonsten weiß ich gar nicht, vielleicht von den neuen Skins, die gibt es ja jetzt, ich würde sagen, wir machen einfach mal erstmal ein paar von den Dingern hier auf, oder abwechselnd, Void Nocturne, der ist ziemlich kacke, muss man tatsächlich sagen, ich muss hier auch direkt entschützen, oder, ja, weiß ich nicht, ja, mein Skin-Geschmack ist sehr, sehr schwierig, ja, ich finde nur Skins, die ich auch aktiv, wie ich spielen würde, wirklich geil, das heißt, alles, was ich nicht spielen würde, ist relativ kacke, ja, also, es gibt nur Scheiße und gut, so gesehen, ja, das heißt, Haunted Sire zum Beispiel, der ist ganz cool, den würde ich sogar spielen, ne, der erinnert mich auch immer an StarCraft, StarCraft habe ich damals auch sehr, sehr gerne gespielt, Deathhorn Z, der ist tatsächlich relativ okay, ja, weiß ich nicht, Z, der hat viele cooles Skins, der Project Skin finde ich ganz cool, der ist, der ist okay, die haben den damals auf dem PBE, sah der wirklich geil aus, hatte der so einen richtigen Schimmer um sich rum, den haben die aber leider entfernt, so, ich würde sagen, wir machen mal die erste hier von auf, Dark Flame Shyvana, der ist wirklich cool, den habe ich mir als erstes gekauft aus Shyvana, der ist wirklich, wirklich, wirklich geil, Alderwood, Hecari, na, Hecari bin ich jetzt nicht so der Fan vom Jungle allgemein, auch nicht, Celestine, Soraka, bin ich jetzt auch nicht so begeistert von, muss ich sagen, und 150 Rang Insistenz, das war tatsächlich gar nicht mal die krasseste Ausbeute, ich würde sagen, machen wir erstmal diesen komischen Chip auf, was auch immer das ist, ist das ein Champion Chart? Hextech Mystery Emote, ja, okay, cool, dann her, her damit, her damit, oh, nein, nein, ihr wisst, wie sie, ich hasse Lee Sin, Lee Sin ist, also, einer der schlimmsten Champions, die es gibt, ja, ich hasse Lee Sin abgrundtief, oh mein Gott, Zufall? Vielleicht, so, machen wir mal, ich weiß gar nicht, warum das hier Unterschiede wie Hextech Boxen sind, ja, bisher, Iron, Solari, Leona, ja, kann man auf jeden Fall mitleben, genau, okay, also bisher muss ich sagen, holy shit, ey, ich krieg ja nur Müll, Sup, dog, ja, what's up, dog, ja, ist, äh, ja, der, der, also, er geht in eine gewisse Richtung, aber E-Mods benutze ich auch aktuell gar nicht, weiß nicht mal, welchen Knopf man dafür drücken muss, ich hab alles vollgetackert, aber, keine Ahnung, was, äh, wie man die öffnet, Foxfire Ari, der ist tatsächlich relativ cool, der Skin, Wildfire Zyra, der ist auch ziemlich nett, Vandal Twitch, das sind alles nette Skins, das Problem ist, das, das hier sind Box, okay, ich mein, das sind viele Skins, sonst sind drei Skins einfach mal drin, aber ich hab gedacht, da komm, wir werden jetzt hier mit Legendaries zugeschüttet, wo sind die Legendaries, komm, ein bisschen, Shockblade Z, den find ich tatsächlich ziemlich geil, ne, Shockblade Z, der ist richtig nice, also, Final Boss Vaiga, damit hätten wir unseren ersten Legendary, Final Boss Vaiga, ich wurde gestern erstmal von Vaiga wieder aus dem Leben geschottet, Execute Spell hat mir 2100 Damage gemacht, das waren 59% von meinem Leben, wunderschönes Champion Design, ja, damit wären wir bei einem 975er Skin, meine Freunde, oh, was ist hier los, genau das wollte ich, meine Freunde, genau das wollte ich haben, naja, und damit sind wir schon bei dem 1350er Skin, genau das hab ich mir gedacht, herzlichen Willkommen bei der, wir öffnen Boxen Show, Cosmic Dust, cool, da freu ich mich wirklich drüber, den hab ich nicht, also ich hab gar kein Xai Skin, ich glaub, es gibt doch nur diesen einen, obwohl, es gibt auch diesen Herzen, Xai, cool, da freu ich mich wirklich drüber, ne, schön, 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 machen wir hier nochmal einen auf, His Royal Crapness Ward, der sieht ganz nett aus, und, okay, nur ein Ward, ich glaub, wir können aber mal ein Ward, ah, ne, ein Ward fehlt uns noch, tatsächlich, so, machen wir hier nochmal auf, Arcade Misfortune, die hat halt richtig große Handschuhe, holy shit, ne, so, dann haben wir noch Blood Moon Thrash, die Blood Moon Skins sind sowieso immer ziemlich geil, und Scarlet Hammer Poppy, ja, hm, ja, hm, ne, kann man mit Leben, würde ich sagen, so, Ward Breaker, Trunnel von den Ward Breaker, das gibt es mich jetzt auch nicht so der Ultra Fan von, Super Galaxy, Super Rumble, okay, ähm, ja, cool, schön, 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 sogar aus der normalen Box, ne, schön, 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 damit wären wir schon bei einem Legendary tatsächlich, machen wir diese hier noch auf, Wot King, Darius, Carthus, Light Bane, und Red Card, man, also ich nenne sie auch kurzes Höschen, Katharina, nice, 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 so, ich würde sagen, wir schmeißen mal so ein bisschen, eigentlich hatte ich gar nicht vor, so viele von den normalen Boxen aufzumachen, aber wir haben noch zwei Schlüssel, vielleicht machen die noch auf, ich weiß noch nicht, also wir haben auf jeden Fall, ich muss hier also erstmal das blaue wegmachen, wir haben reichlich, reichlich Skins bekommen, reichlich, reichlich, ich würde sagen, wir schmeißen erstmal ein paar rein, ne, hier ist ein Legacy, aber, Legacy bringt euch nichts, wenn die halt, den hab ich sogar eh schon, aber wenn die halt kacke aussehen, ne, Snow, Fawn, Poppy, ja, kann man mit leben, Vandal, Twitch, dürfte ich haben, schmeißen wir den nochmal mit rein, schmeißen wir den mit, den hab ich, oder? Den dürfte ich haben, steht jetzt aber doch, und, ja, okay, sehr gut, gucken wir mal, ob wir noch einen kriegen, falls wir wirklich noch einen Legendary kriegen, dann, Lumberjack, Zion, hm, ne, dann wird es tatsächlich ein Ultimate Skin werden, so, ich muss aber schauen, dass ich diese hier, okay, ich hab eigentlich ziemlich viel Orangene Sands, aber, die geben halt wirklich das meiste, ne, ich find, so ein paar muss man schon disenchanten davon, oh, den hier wollte ich mir noch kaufen, nice, den upgraden wir erstmal, bevor ich den gleich aussehen, disenchanten, das ist ja sehr, sehr geil, ne, der ist top, den Setzkin dürfte ich tatsächlich haben, ja, den disenchanten, ne, stopp, den disenchanten wir auch mal eben, würde ich sagen, wie mache ich das hier weg, dankeschön, so, was haben wir denn noch, wen können wir reinschmeißen in den guten Topf, ne, hier haben wir sie, die und ihn, die schmeißen wir mal rein, Lightbane Karte, den wollte ich auch immer noch mal gespielt haben, oh, ne, da kommt jetzt ein Ward raus oder sowas, ne, doch nicht, Kommandoxin, okay, Kommandoxin ist tatsächlich ziemlich bad, der ist nicht so geil, Shockblade Set schmeißt wir noch rein, ich glaub, da gibt's, ach, stimmt, da gibt's auf jeden Fall Chromas, ich hab den pinken, den pinken Set ist der deadliest, Leute, ne, der schöne, pinke Set ist GG, Sweetheart-Sona, ah, ich hasse diese Sweetheart-Skins, weil die immer so scheiß Sounds machen, vor allem Oriana, ne, da kommt jedes Mal, bling, 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 da kannst du am Kopf nicht abhaben, das ist komplett RIP, so, hier haben wir noch einen, was haben wir noch, die haben wir noch, und den haben wir noch, na, na, nee, die Mecha-Artox, Mecha-Artox, ja, der, also ich find diesen, ähm, diesen Fisch-Artox, der, der erinnert mich immer an One Piece so ein bisschen, den find ich noch geiler, aber Mecha-Artox ist auch ganz nett, Mecha, 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 so, was haben wir noch, den müssen wir disenchanten, Into Essence, den hier hab ich auch noch nicht, den upgraden wir mal, das ist cool, den, weiß gar nicht, warum ich, der, ich hab, glaub ich, gar keinen geilen Glagaskin, das ist mein erster geiler Glagaskin, Vaig haben wir sogar zweimal schon, so, was haben wir denn hier noch, wir haben noch Blood Moon, dann haben wir noch Zyra, okay, ich würde sagen, komm, wir machen hier nochmal, ne, legen wir's drauf an, let's go, okay, es ist einfach nichts drin, einfach nur, okay, Royal Shekko, hm, ja, weiß ich nicht, und die letzte Box, meine Freunde, die letzte Box Z, na toll, ich hätte echt gerne noch ein Wort gehabt, ich glaub, für einen Re-Roll reicht es nicht mehr, ne, ja, meine Freunde, das bedeutet, es gibt dann quasi einen Legendary Skin zu gewinnen, ihr müsst den Twitter Link quasi nur retweeten, ihr müsst nicht liken, nicht abonnieren oder sonst irgendwas machen, den Skin werde ich, beziehungsweise den Gewinner werde ich dann beim nächsten Mal, sobald ich ein Hexia Opening mache, ziehen, ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare droppen, welchen Skin ihr hier von am liebsten haben würdet, außerdem würde ich mich überkrass freuen, wenn ihr mir nochmal ein bisschen Feedback zu meinem Kaiser Gameplay gebt, also es war jetzt kein krasses Gameplay oder irgendwas Heftiges, aber es haben extrem wenig gesehen, und deswegen dachte ich, habt ihr vielleicht irgendwie gar nicht die Benachrichtigung gesehen, oder hat es euch einfach nicht interessiert, oder gebt mir doch einfach mal ein bisschen Feedback dazu, ich würde mich auf jeden Fall bedanken bei euch, haut da rein, auf Wiedersehen und tschüss! Bis zum nächsten Mal!